was geht ab herzlich willkommen zurück zu let's play infamous second wir machen heute weiter mit dem nächsten mit der nächsten die up zentrale liebe leute die letzte die es in diesem spiel gibt die befindet sich da oben irgendwo und da ich vermute dass einige schon von denen runtergekommen sind habe ich das könntest du euch passieren ich hab dich bestimmt die drohne noch besiegt kann es passieren dass wir tatsächlich heute zwei davon sind auch drüben aber wir wissen ich gucke mal oben vorbei das wirst du hier was mich hier eigentlich so erwartet kann auch die überblick betrifft aber mal feierabend da unten nach das sind wieder einige dabei oh ja heli ich weiß dass die vor der oren vermutlich nicht hochkommen das ist das ist problem ich muss auf die andere seite so kaputt und ihr habt ihr such ich komme runter wieder ja 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 ihr müsst ja einen richtigen hass auf mich haben ich weiß nicht was ich jetzt kann aber gerade oben haua 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 hei 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 ha ha hallo hallo was ist hier los für euch was ist hier los für euch was da los Junge okay diese mit Raketenbeite zu kommen das ist das gute der ist auf jeden fall geschichte ja da ist er ja da ist er das mache ich für dich klein und dich direkt hinterher, dann ist er auch gut das ist aber sehr sehr nett dass ihr euch alle schon freiwillig hergibt liebe leute guck mal der ist auch schon kaputt hallo nett sein bitte nett sein ja so viel haben wir nicht mehr jetzt muss ich mich mit thiopi und den avula rumschlagen er sieht so viel haben wir wie gesagt nicht mehr ich mache die meist mal weiter ein bisschen blind wo sind die kameras hier oben so 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 ich glaube fast ich glaube kameras mäßig müssen sie glaube ich fast alle da unten sein da oben ist eine ok eine müsste noch da sein die holen wir jetzt dann räume ich das viertel weiter auf muss ich das kam rein ai 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 Dann wo ist die kamera hin sehe sie nämlich nicht das Problem ich höre sie nur Es scheinen noch nicht alle gewesen zu sein. Es scheinen noch nicht alle in diesem Gebiet zu sein, äh, in der Stadt zu sein. Aber eigentlich habe ich sie doch auf der Seite down oder nicht. Das ist so das Erste, was ich mache. Aber ich glaube, da versteht hinten bestimmt welche. Ja, da oben so eine. Okay, ich sehe es gerade. Hör mal. So, Digga. Du geht auch noch schwimmen. Du auch. Aber wollt ihr alle hätten wie eure Freunde? Meint, ich habe Angst vor euch? Kommt der doch mal her oder bleibt der jetzt da? Der bleibt, okay. Ne, der eine kommt noch mittel. Sonst komme ich gleich hoch. Halb schauer. Halb viel hoch. Das ist die letzte Kamera. Oh, die haben mich nicht lieb. Hör mal. Wo ist die so Drecks... Äh, Dings. Okay, der ist auch down. So, und hier oben ist ungenommene Kamera sitzen. Das dürfte eigentlich die letzte sein. Ich sehe sie noch nicht. Hä? Ich gucke mir das mal von oben an. So, und das müsste es eigentlich gewesen sein. Die allerletzte. Aber ich würde mich jetzt wundern, wenn sie da noch eine hätten irgendwo. Hoppala. Das war keine Absicht. So, umso weniger mir du ärgerst, umso weniger ärgerst du machst... So, das letzte Ding ist durch. So, Video und Sinn brauchen wir nicht. Ich brauche eigentlich mehr oder weniger Neon. Weil ich will ja die letzte... Die letzte Zentrale da oben noch platt machen. Und dann haben wir sie, glaube ich, sogar alle. Na? Oh. Ernsthaft? Kommt noch runter. Jetzt muss ich hochkommen. Na gut, du bist der Einzige, der noch umläuft. War mal. Was ist denn denn? Ach nee, da oben hängen noch zwei von euch Fritzen. Na komm her. Na. 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 Dann gehen wir jetzt wieder runter. Weil wir haben ja alle weg. Gott sei Dank. Hi. 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 Ich hab mich doch am Arsch. Ich wollte eigentlich da hoch. Oben bleiben und die Munitionskiste noch zerstören. Die letzte. Ah. Tab. So, liebe Leute. Das ist die letzte. Die UP Zentrale in diesem Let's Play. Bam. Allerdings. Nicht. Das müsste das Lied sein. Abtauerndes Gift schritte. Äh. Gerettet. Aber wir können noch nicht. Wir können leider noch nicht, äh, die, ähm, den Bossfeind machen. Trotz dass wir, aber wir müssen nämlich noch ein bisschen aufräumen hier. Ich weiß, dass ich da oben noch einer hab. So. Hauptzeit. Uns fehlen noch zwei. Und dann haben wir es geschafft, liebe Leute. Dann fehlt uns nicht mehr so viel bis zu diesem Ende der Stadt. Hallo. Hör mal. Ich komm jetzt. Ich komm jetzt rüber. Hey. So. So. Erledigt. Sorry, der hat ne Waffe gehabt. Und den letzten Teil inklusive dieses Herren hier machen wir dann im nächsten Part. Dann machen wir nämlich noch ein bisschen, ja, räumen wir noch ein bisschen auf in dieser Stadt hier. Bis dann. Tschüss. Und dann. Gardeninkasch.